In der heutigen Folge dreht sich alles um die Fragetechnik und die Führung in der Verhandlung und warum sie für deine Verhandlungen unersetzbar wichtig ist. Willkommen zum Podcast Profitabler Einkauf. Hier bekommst du Tipps, Strategien und Profi-Informationen, mit denen du die Verhandlungen mit deinen Lieferanten jederzeit im Griff behältst. Mein Name ist Urs Altmannsberger. Ich bin Verhandlungsexperte und Trainer für Unternehmen und professionelle Einkäufer. Mein Motto? Mindestens ein Prozent geht immer. Und meistens kannst du noch viel mehr für dein Unternehmen rausholen. Wir haben in den vorherigen Folgen ja schon viel über Strategie gesprochen. Strategie ist sicherlich sehr wichtig. Macht ist in der strategischen Abteilung das wesentlichste Element. Grob gesagt, wer die Macht hat, gewinnt die Verhandlung. Tatsächlich zeigt die Vergangenheit, die Historie, dass nicht immer der Mächtigere gewinnt, sondern oft auch der Pfiffigere. Doch was macht es aus, ob jetzt jemand pfiffiger ist oder mächtiger ist? Wir können auf jeden Fall davon ausgehen, der Mächtigere hat die größere Macht. Logo. Nur was er aus dieser Macht macht, das ist eine große Frage. In der Tierwelt, beispielsweise bei domestizierten Hunden, ist es so, kennt ihr einen irischen Wolfshund? Ein Riesenhund. Und der hat sicherlich einiges drauf. Aber er weiß es nicht. Und er nutzt seine Macht in der Regel viel zu schwach. Kommt dagegen ein kleiner Hund, der nicht viel größer ist als der Fressnapf des irischen Wolfshundes. Aber der ein Mundwerk hat, das ganz, ganz laut kläfft, dann zieht in der Regel der irische Wolfshund seinen Schwanz ein und räumt das Feld. Das Einzige, was der kleine Kläffer nicht machen sollte, ist, das Herrchen oder das Frauchen anzugreifen. Weil dann schaltet der Wolfshund um und sagt, mir ist jetzt egal, ob ich das Gefühl habe, der kleine Kläffer ist viel stärker als ich. Dann setzt er sich für sein Frauchen und Herrchen ein. Und ja, dann kommt eben einfach der Größere gewinnt. Und der Kleinere wird sehr schnell in seine Schranken verwiesen. Wir erkennen also, derjenige, der mehr aus der schwachen Basisvoraussetzung rausholt, hat unter Umständen vor demjenigen, der die besseren Voraussetzungen hat, die besseren Karten. Und genau da wollen wir heute ansetzen. Die Fragetechnik ist die Umsetzung in der Verhandlung. Das ist quasi die Taktik. Die Macht ist die strategische Voraussetzung. Wenn wir darüber sprechen, also ich habe euch ja schon oft gesagt, redet mit dem Fachbereich dann, wenn er euch im Wege steht. Also indem er zum Beispiel euch Vorgaben macht, welcher Lieferant der Ausgewählte ist. Dann ist der erste Weg, mit dem Fachbereich zu sprechen und ihm das klarzumachen. Hey, lieber Fachbereich, du stehst mir im Weg. Durch deine Aussagen gegenüber dem Lieferanten, dass er bereits der gesetzte Lieferant ist, habe ich einen schweren Stand. Das ist der strategische Teil. Und dann steigt ihr in die Verhandlungen ein. Jetzt habt ihr die Basisvoraussetzungen bestmöglich vorbereitet und jetzt geht es darum, diese bessere Basisvoraussetzung auch wirklich auf die Straße zu bringen. Und da ist die Fragetechnik, die Umsetzung in der Verhandlung das ganz wesentliche Element. Nachdem die Macht aufgeteilt wurde, die Basis geschaffen wurde, jetzt geht es darum, die Chancen auch wirklich in Ergebnisse zu verwandeln. Und da sehe ich in vielen Verhandlungen noch unheimlichen Nachbesserungsbedarf. Noch ein Beispiel, um es nochmal klarer zu machen. Ein Restaurant in der Bestlage einer Großstadt zu haben, gibt die Voraussetzung, die besonders gute Chance, für viele Kunden. Die Umsetzung in der Küche dann aber und die Präsentation im Gastraum ist die taktische Nutzung dieser Chance. Das Gespräch mit dem Fachbereich, eine Bestlage für eine Verhandlung hinzubekommen, ist die Strategie. Die Fragetechnik, wie setze ich es jetzt in der Verhandlung um und kann ich tatsächlich auch über meine Themen sprechen, das ist das Wesentliche in der Umsetzung von Chance zu Ergebnis. Punkt 1. Das Gespräch dreht sich um deine Themen. Wenn du richtig mit der Fragetechnik arbeitest, dann bist du in der Lage, dass sich das Gespräch, die Verhandlung mit dem Lieferanten, nicht um seine Lieblingsthemen dreht, sondern um deine Lieblingsthemen. Was könnten die Lieblingsthemen eines Verkäufers sein? Preiserhöhungen, neue Produktelisten, nimm mir bitte alte Produkte ab, die bei mir noch auf Lager verrotten, könnte er vorschlagen. Mehr Umsatz dürfte jedes Mal dabei sein, Umsatzsteigerung, er will eine Margensteigerung haben, weil er ja überhaupt nichts mehr verdient. Ich habe keine Marge mehr, kein Gewinn, deswegen musst du mir mehr Geld geben. All das wären so die Lieblingsthemen der Verkäufer. In der Regel sind die nicht deckungsgleich mit deinen Lieblingsthemen. Vielleicht von der Ausprägung her, dass du sagst, ja über den Preis will ich auch reden, aber nicht in Form von Preiserhöhung, sondern von Preissenkung. Und mit der Fragetechnik schaffst du es dann eben, dass der Verkäufer von seinen Themen weggeführt wird, durch dich geführt wird und du zu deinen Themen hinführst. Preissenkung, bessere Produktionsoptimierung, Anlieferung in der von dir gewünschten Stückzahl, Rücknahme von Restwaren, die du noch am Lager hast, denn wen gibt es Besseres, um Restware zu verkaufen, als den Lieferanten. Dort konzentriert sich ja alles, was an Umsätzen zu diesem Produkt ist. Vielleicht auch eine Exklusivität, dass deine Firma die einzige ist, die ein bestimmtes Produkt in ihrem Produktionsbereich einsetzen kann und damit besser ist als alle anderen Wettbewerber. Vielleicht bist du auch der Trendsetter dadurch, dass du eine neue Technologie anwenden kannst, die andere noch nicht anwenden können. Was ich damit sagen will, deine Themen stehen im Fokus, während die Themen des Verkäufers nur dann von dir zugelassen werden, wenn du es auch wirklich willst. Und damit beeinflusst du natürlich direkt dein Ergebnis. Ich meine, darüber brauchen wir wahrscheinlich nicht zu reden, aber nur, um es nochmal klarzumachen, falls da noch eine Frage wäre. Wenn du über die Themen des Verkäufers sprichst, wie Preiserhöhung, dann kannst du ja nur nach hinten losgehen. Wenn du dagegen über deine Themen sprichst, ist genau der umgekehrte Fall da. Du kannst eigentlich nur gewinnen. Denn im schlimmsten Fall sagt der Verkäufer nein und in allen anderen Fällen sagt der Verkäufer ja. Und es geht jetzt nur noch darum, um wie viel Preissenkung, um wie viele Produkte werden kostenlos zurückgeschickt, um wie viel mehr Exklusivität. Das ist also das Zentrum. Solange es um deine Themen geht, wirst du gewinnen. Es ist nur noch die Frage, wie viel. Punkt 2. Jede Frage ist ein Treffer. Jede Aussage ist ein Einwand. Lass mal aufgedröselt. Wenn du mit der Fragetechnik arbeitest und fragst beispielsweise, ich nehme mal ein lapidares Beispiel, wie viel Uhr haben wir? Und wenn dir jetzt der Verkäufer die Uhrzeit nennt, dann ist das ein Treffer. Behauptest du stattdessen, es ist 8 Uhr und 6 Minuten, dann ist die Chance oder die Gefahr durchaus gegeben, dass derjenige sagt, nö. Und selbst wenn es 8 Uhr und 6 Minuten ist, in dem Moment, wo du es ausgesprochen hast, kann ein entsprechend pinsiger Verkäufer sagen, nee, jetzt ist es schon 8 Uhr, 6 Minuten und 10 Sekunden. Also da kommt es ja dann auch darauf an, wie genau man das nimmt. Die Frage dagegen ist nicht angreifbar. Und das, was ich in Verhandlungen immer wieder erkenne, ist, solange du Fragen stellst, bist du nicht angreifbar. Wenn du Aussagen machst, bist du angreifbar. Typisches Beispiel. Frau Verkäuferin, Herr Verkäufer, ich erwarte von Ihnen eine Preissenkung um 10%. Wenn du das so oder ähnlich aussprichst, dann ahnen wir ja schon, da wird es Widerstand geben. 10%? Das geht überhaupt nicht. Das ist viel zu viel, was Sie verlangen. Du merkst also, durch eine Aussage bist du angreifbar. Nehmen wir dasselbe noch mal als Frage. Herr Verkäufer, wie weit können Sie im Preis runtergehen? Allerhöchstens kann ich 12% runtergehen. Und jetzt ist es an dir. Jetzt bist du in der stärkeren Position und der andere ist angreifbar. Du kannst ihm jetzt sagen, puh, 12%? Ne, 12% reichen nicht. Jede Frage ein Treffer. Jede Aussage ein Einwand. Beobachte das mal in deiner Praxis, auch gerne im privaten Bereich. Wenn dort eine Aussage gemacht wird, ist sie einfach schon in Gefahr oder ist die Person in der Gefahr, angegriffen zu werden. Schatz, ich würde gerne nach Sizilien in Urlaub fliegen. Und Schatz sagt dann, nee, geht nicht. Zu lang, zu kurz, zu früh, zu spät, zu warm, zu kalt. Irgendetwas. Der Einwand ist fast schon vorprogrammiert. Und sicherlich kennst du auch Menschen, die generell dagegen sind. Ich will jetzt nichts über meinen Bekanntenkreis sagen, aber was man so in Verhandlungen beobachten kann, es gibt Menschen, die grundsätzlich gegen alles sind. In der Technik, wenn ich irgendwo einen Vorschlag mache und sage, ich hätte eine Idee, wir könnten mit dem Lieferanten B ja doch mal ein Gespräch führen, dann kann es durchaus sein, dass der entsprechende Fachbereichsleiter sofort in den Widerstand geht und sagt, nee, B geht gar nicht, weil. Und jetzt kommt irgendeine Begründung wieder. Spar dir das. Durch die richtige Fragetechnik ist jede Frage ein Treffer. Das allergenialste werde ich dir am Schluss noch sagen. Denn die Fragetechnik hat einen Knopf dabei und ich sage, wow, geil. Besser geht es ja gar nicht. Aber vorher kommen wir noch zu Punkt 3. Du lernst, was im Kopf des Anderen vorgeht. Und das ist ja mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das, was in deinem Kopf vorgeht, das kennst du eh schon. Wenn du jetzt also Fragen stellst, wirst du schlauer. Du lernst, was im Kopf des Anderen vor sich geht. Und das kommt zu deinem Know-how, was in deinem Kopf schon vorhanden ist. Das kommt noch dazu. Am Ende ist es so, dass du ein Informationsungleichgewicht erzeugst. Du wirst immer schlauer. Der andere lernt nichts dazu, weil du keine Aussagen machst, sondern Fragen stellst. Und am Ende triffst du die Entscheidung. Der andere kann die Entscheidung gar nicht treffen, weil er nach wie vor nur sein Know-how hat. Du hast inzwischen dein Know-how plus das der Gegenseite. Klar, natürlich vorausgesetzt, dass wir die richtigen Fragen gestellt haben und dass der andere auch Antworten gibt. Aber das setzen wir mal voraus an dieser Stelle. Können wir nochmal einen anderen Podcast dazu machen, wo wir drauf eingehen, was tue ich denn, wenn der andere nicht antwortet? Du lernst, was im Kopf des Anderen vorgeht und wirst immer schlauer. Damit hast du die Entscheidungsgewalt in deiner Hand. Machen wir wieder ein Praxisbeispiel. Erstmal falsch. Du sagst, Herr Verkäufer, ich brauche zehn Stück. Herr Verkäufer, ich brauche sie in der Farbe grün. Herr Verkäufer, ich brauche sie am 31.08. Gibt es den überhaupt? Ja. Sollte man vorher drüber nachdenken. Ich wollte 31.12. sagen, aber das ist mir ein zu markantes Datum, wo sich dann eben mit Provisionen und solchen Dingen viel zu viel verändert. Okay, bleiben wir bei dem Ding, was ich eigentlich sagen wollte. Zehn Stück Farbe grün und 31.12. Jetzt wird der Verkäufer immer schlauer. Sorry. Jetzt wird der Verkäufer oder die Verkäuferin immer schlauer. Weiß, was du willst. Jetzt tickern die Zahnräder im Kopf dieser Verkäuferschaft und am Ende machst du nur Klingeling und es kommt ein Preis raus. Sagen wir 90. Du hast nichts von diesem Entscheidungsprozess mitbekommen. Du hast diesen Entscheidungsprozess nur gefüttert. Machen wir das bessere Beispiel. So wäre es richtig. Du fragst, ab welcher Menge, Frau Verkäuferin, gibt es denn einen besseren Preis? Die Verkäuferin sagt, ab zweistelliger Menge, also sobald es 10 überschreitet, bekommst du einen besseren Preis. Was macht das im Preis aus? Meinetwegen 5%. Dann fragst du, wann wäre es Ihnen denn recht, dass wir das Zeug bestellen? Ja, bitte vor dem 31.12. Puh. Ja, hier kommt wieder der Puh-Effekt zum Tragen, den wir in den Trainings auch oft üben. Puh. Vor dem 31.12. Obwohl du ja vor dem 31.12. auch bestellen wolltest. Jetzt tust du aber so, als würdest du das schweren Herzens entscheiden. Dann fragst du noch nach der Farbe. Sie sagt vielleicht, alle Farben, die außerhalb von weiß sind, die sind teurer. Also in dem Moment, wo es lackiert werden muss, beispielsweise wird es teurer. Jetzt weißt du, aha, du hast da etwas im Köcher, du willst das Teil in grün haben, das heißt, dafür wirst du einen Aufpreis zahlen. Jetzt kannst du hinterfragen, was würde es in grün kosten, was würde es in weiß kosten, was würde es vor dem 31.12. kosten, was würde es nach dem 31.12. kosten, was würden 9 Stück kosten, was würden 10 Stück kosten. Und alle Entscheidungselemente passieren in deinem Kopf. Und du kannst jetzt entscheiden, jo, 10 will ich haben, wollte ich eh haben, tue ich aber ein bisschen mich schwer, gegenüber der Verhandlerin sozusagen, oh, sterbender Schwan, 10 Stück, was soll ich mit der ganzen Menge machen, na gut, wenn sie mir einen guten Preis machen, dann nehme ich es halt. Und so kannst du Stück um Stück mit deinem Know-how, was du dazu gewonnen hast, jetzt eben sehr viel mehr erreichen, als wenn es in der Blackbox der Verkäuferin oder des Verkäufers passiert und nur dann der Preis 90 rausplumst. Das eine Mal bekommst du also tatsächlich nur einen Punkt geliefert, in grün, 31.12. 10 Stück. Und kriegst nur diesen Punkt. Im anderen Fall kriegst du das ganze Rechenkalkül präsentiert. Und da bist du natürlich klar im Vorteil. Kommen wir zu Punkt 4. Und das ist wirklich das, wo ich sage, ja, Mensch, super, genau das brauchen wir. Insbesondere dann, wenn du eine Einkäuferin oder ein Einkäufer bist, der viele Verhandlungen führt, der also nicht unendlich viel Zeit hat, dafür sich vorzubereiten. Und dann ist der Punkt 4 für dich das entlastende Element Nummer 1, wenn du so willst. Die Krönung der Fragetechnik für mich ist, du kannst dich zu 100% vorbereiten. 100% vorbereitbare Verhandlungen. Stell dir das doch nur mal vor. Du kannst jetzt schon alle Verhandlungen, die in einem Jahr passieren werden, vorbereiten. Und es geht so einfach. Du musst ja nur Fragen stellen. Und die Fragen sind recyclingfähig. Du kannst eine Frage, die du heute für ein Automobil im privaten Sektor benutzt, die kannst du morgen im Bereich Millionengeschäfte benutzen. Heute fragst du, unter welchen Umständen wird das Auto günstiger? Und morgen fragst du, unter welchen Umständen kommen wir hier deutlich unter einem Millionen drunter. Und das macht es so bequem. Wenn du die Fragetechnik richtig drauf hast, dann kannst du damit arbeiten und bleibst 100% entspannt in der Verhandlung. Dein Kopf wird frei für die wichtigen Dinge in der Verhandlung. Wo du sonst von einer Aussage zur nächsten Ich will es aber günstiger. Ich brauche aber die 10%. Ich will aber die Ware noch vor dem 31.12. haben. Oder Das Grün ist aber so wichtig für meinen Fachbereich. Durch die Fragen bist du völlig entspannt. Du fragst, was den Preis beeinflusst. Du fragst, wie weit der Verkäufer bereit ist runter zu gehen. Du fragst, unter welchen Umständen es weiter geht. Und du lernst einfach, die andere Seite komplett zu durchleuchten. Und diesen Prozess kannst du ein für alle Mal lernen und dann immer wieder einsetzen. Und was gibt es da Geileres? Es ist so bequem. Ich habe in meiner Vergangenheit das ja auch erst lernen müssen. Vorher habe ich zwar Spaß an den Verhandlungen gehabt, aber ich habe sie immer noch als anstrengend auch wahrgenommen. Ich musste kämpfen. Ich war häufig auch in einer Blackbox. Bleiben wir mal dabei. Blackbox. Oder stell es dir als Nebelumfeld vor. Du gehst aus einer Verhandlung raus und kannst noch nicht sagen, was zukünftig auf dieser, auf der Auftrags, auf dem Angebot steht. Du hast mit dem Verkäufer gesprochen, mit der Verkäuferin gesprochen und weißt nicht, was du jetzt als Antwort im Angebot bekommen wirst. Die sagen dir vielleicht, ich überlege mir das und ich werde ihnen bis Freitag ein Angebot reinschicken. Dann stehst du im Wald, im Nebel. Was soll das? Mit der richtigen Fragetechnik dagegen hast du die Informationen und teilst dann nur dem Verkäufer mit oder der Verkäuferin. Hören Sie zu. Ich habe mir jetzt alle Sachen aufgeschrieben. Ich weiß jetzt, was das Produkt in grün, in weiß kosten würde. Ich weiß, was es am 31.12. oder danach kosten würde. Und ich werde ihnen am Freitag mitteilen, ob wir es bei ihnen oder bei ihren Wettbewerbern bestellen werden. Plötzlich liegt die Macht in deiner Hand. Richtig super. Fragetechnik. Ich kann es dir ans Herz legen. Üb die Fragetechnik. Schreib dir die Fragen entsprechend vor. Es gibt bestimmte Grundregeln, die du berücksichtigen musst bei Fragen, aber dann ist das Thema durch. Fragetechnik. Fazit. Mit der Fragetechnik erreichst du an allen Stellen einer Verhandlung große Vorteile. Zuerst bereitest du die Macht strategisch vor und dann musst du aber durch die Taktik, durch die Fragetechnik dafür sorgen, dass die Chancen, die du dir vorbereitet hast, dass du die auch in der Praxis in Ergebnisse verwandelst. Nicht immer gewinnt der Mächtigere. Häufig sind es auch einfach die Pfiffigeren. Und Pfiffiger bedeutet an der Stelle Fragetechnik und Mächtiger bedeutet an der Stelle Strategie, Macht, Wettbewerb zu haben, solche Dinge. Das heißt, selbst wenn die Regeln, die Gesetzmäßigkeit, wer gewinnt die Verhandlung, gegen dich steht, kannst du unter Umständen durch das Pfiffigere herangehen, trotzdem noch die Verhandlung drehen, zu deinen Gunsten drehen. Nutze das. Punkt 1. Wer Fragetechnik nutzt, der schafft es, dass das Gespräch sich um seine Themen dreht. Wer Fragetechnik nutzt, hat mit jeder Frage einen Treffer. Im Gegenteil dazu, wer Aussagen trifft, kann mit der entsprechenden Persönlichkeit gegenüber nur ein Problem nach dem anderen haben. Ich finde Sonne gut, ja, aber man kann sich einen Sonnenbrand holen. Komm, lass uns Pizza essen gehen. Nee, Pizza macht dick. Lass uns stattdessen eine Tafel Schokolade essen. Nee, Schokolade macht auch dick. Dann lass uns doch zum Chinesen gehen. Nee, da kriege ich immer Kopfschmerzen von dem ganzen Glutamatzeug. Frag, welches Essen wäre dir recht? Jetzt sagt derjenige, ich würde gerne afrikanisch essen gehen. So, und jetzt ist es an dir, zu sagen, findest du gut oder findest du nicht gut? Du bist der Entscheider. Dann, du lernst, was im Kopf des anderen vorgeht. Aha, der will afrikanisch essen gehen, also steht er wohl eher auf die ausgefalleneren Küchen. Oder er schlägt chinesisches Buffet vor, all you can eat. Er scheint großen Hunger zu haben oder er liebt die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten eines Buffets. Und Punkt 3, zum Schluss, du kannst dich zu 100% vorbereiten. Und das ist für mich der aller, allerwichtigste Punkt. Neben der Führung, neben dem, dass du festlegst, welche Themen besprochen werden, bist du derjenige, der sich zu 100% vorbereiten kann und durch diese Vorbereitung den Kopf dann für die Verhandlung frei hat. Für die Reaktionen der Gegenseite, für das Beobachten, fürs Wahrnehmen. Ich werde sicherlich auch noch einen Podcast machen über das Thema Wahrnehmung. In dem psychologischen Kleinstudium, was ich zwischendrin jetzt gemacht habe, war einer der verhandlerisch wesentlichen Punkte, wir nehmen nur ganz, einen ganz kleinen Ausschnitt wahr und den können wir natürlich lenken. Also du kannst lenken, auf was der Verkäufer achtet. In dem einen Fall achtet der Verkäufer drauf, dass er sagt, ich weiß eh, du musst bei mir kaufen und der Fachbereich hat es mir schon zugesagt, das Projekt und ich werde das eh gewinnen. Und wenn du das richtig lenkst, dann geht der Fokus rüber und der Verkäufer achtet jetzt plötzlich auf Wettbewerb. Oh, der hat da einen Kugelschreiber vom Wettbewerb liegen und plötzlich nimmt er solche Dinge, nebensächliche Dinge, die er eben noch gar nicht wahrgenommen hat. In dem Moment, wo du den Fokus auf Wettbewerb legst durch deine Fragerei, durch deine Führung, plötzlich nimmt er das wahr. Eben war er sich noch ganz selbstsicher und sagt, der Fachbereich hat mich quasi schon ausgewählt. und im nächsten Moment ist es so, oh Gott, da liegt dir das, da ist jenes und in seiner Aussage steckt das und der Geschäftsführer redet ja auch noch ein Wort mit, oh je, oh je. Aber darüber machen wir ganz bestimmt noch einen extra Podcast. Es lohnt sich also, diesen Podcast nicht nur ad hoc immer mal zu hören. Registriere dich gerne für den Podcast, du gehst da mit keinerlei Verpflichtung ein, es kommen auch keine Kosten auf dich zu oder so etwas, alles gratis hier im Podcast. Ich gebe dir in den Shownotes, wie es hier immer wieder heißt, in den Begleittexten gebe ich dir an, wo du dich eintragen kannst und ich weiß jetzt nicht über welches System du den Podcast gerade hörst, du kannst die Podcasts zum einen auf den Apple-Geräten dieser Welt hören, iPod, iPhone, ähnliches, du kannst die Podcasts auf Android und ähnlichem hören und als drittes hast du noch die Möglichkeit online, das heißt mit allem, was irgendeinen Webbrowser hat, kannst du darauf zugreifen und dir das anhören. Auch diese Informationen bekommst du, wenn du dich registrierst unter www.profitabler-einkauf.de schräger 009 Beachtenswert ist sicherlich auch noch das Web-Based Training. Ich mache in regelmäßigen Abständen ein Webinar. Auch dort kannst du nochmal sehr viel über Verhandlungen lernen und auch die Informationen, wo du dieses Webinar findest, komplett gratis das Webinar, auch diese Informationen gebe ich dir nochmal in die Shownotes, in die Begleittexte in deiner Podcast-App. Es lohnt sich, dort reinzuhören, es gibt immer was zu erfahren. Ach ja, eins will ich vielleicht noch erwähnen, auf Facebook haben wir eine Gruppe, in der kannst du deine Fragen stellen. Das richtet sich jetzt nicht nur allein an ein Gespräch zwischen dir und mir, sondern dort sind andere Verhandler unterwegs, mit denen du dich austauschen kannst. Setze dort einfach deine Frage mal rein und guck mal, was so das Schwarmwissen zum Thema Verhandlungsführung dir alles bieten kann. Ich sehe immer wieder, das sind richtig wertvolle Tipps. Die Facebook-Seite, also such einfach mal im Facebook nach Profitabler Minus Einkauf und dann findest du auch dort unsere Gruppe. Ich muss da nur auf ein Knöpfchen drücken, weil wir dort nicht jeden reinlassen. Ich gucke schon ein bisschen danach, dass die Leute auch was mit Verhandlungsführung am Hut haben und dementsprechend auch wertvolle Austausch stattfindet und man sich nicht irgendwie auf allgemeinen Plätzen verliert. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen angenehmen Resttag und allzeit gute Verhandlungen. Bis dahin, Tschüss, dein Urs Altmannsberger. Übersorgung, bis dadin, 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 Vielen Dank.